halloa und herzlich willkommen sie sieht auch gemütlich aus heute ich habe es mir gemütlich gemacht es geht um ein gemütliches thema es geht um literatur aber nicht irgendwelche literatur natürliche videospiel literatur dazu habe ich schon länger kein video mehr gemacht für die neuen es gab tatsächlich also für die neuen zuschauer unter euch es gab tatsächlich schon öfter mal videos zu dem thema videospiel literatur die reichen weit weit zurück in die vergangenheit meines kanals und alle paar jahre gibt es dann mal ein update ein update wozu zu meiner sammlung im grunde genommen wenn ich etwas sammle dann ist es gedrucktes wort zum thema videospiele weil ich einfach gerne in sowas rum schmöker umso älter umso besser aber auch gerne neue literatur denn man muss wirklich sagen in den letzten paar jahren gab es so eine art boom was sachbücher zum thema videospiele angeht es gab schon immer sachbücher dazu aber nicht in dem maße wie heute wo du auf amazon im grunde um jedes beliebige spiel eingeben kannst und irgendwer hat ein buch dazu geschrieben jedenfalls seit dem letzten mal hat sich meine sammlung eigentlich wiederum einiges vergrößert deswegen wollte ich ein update geben darum doch wieder darauf zurück zu kommen es ist sogar so viel dazu gekommen dass wahrscheinlich gar nicht alles in einem video passen wird also machen wir vielleicht zwei draus mal gucken und ja ich habe jeden stapel liegen und ich stelle euch jetzt mal so ein paar sachen vor die bei mir dazu gekommen sind und vielleicht ist was interessantes für euch dabei ich habe überlegt wir fangen mit einem richtigen kracher an also einem der besten bücher zum thema videospiele die ich in den letzten jahren gelesen habe einfach um gleich noch ein bisschen was positives zu beginn zu haben und zwar die geheimnisse von monkey island geschrieben von nicolas denisch aus bestimmt deutscher ich sage jetzt einfach mal nicolas heißt der nicolas und ich bin jetzt offen das erste was mich an dem buch gereizt hat ist sehr sehr stimmungsvolles cover und ich weiß man soll ein buch nicht nach dem einband bewerten aber das ist denen sag ich mal das grundsätzliche der interesse dafür weg das ist ja an sich nicht verkehrt und war dann wirklich positiv überrascht wie gut dieses sachbuch ist es ist wie gesagt ein sachbuch es behandelt die komplette magie island reihe angefangen natürlich von teil 1 bis zu monkey island 6 von ron gilbert was jetzt vor kurzem erst erschienen ist und behandelt jedes dieser spiele sehr ausführlich in seiner entstehung es wird die zeit davor ein bisschen beleuchtet was war gerade bei lucas film games beziehungsweise später lucas arts was war da gerade so sache wie war so die spiel design philosophie zu der zeit was hat ron gilbert welche gedanken hatte er dazu wenn er bei den einzelnen teilen beziehungsweise bei den teilen an denen er natürlich selbst gearbeitet hat also 1 2 und 6 aber auch eben auch die teile dazwischen werden sehr intensiv beleuchtet und an sich erstmal das natürlich toll was ist ein thema was mich interessiert was mir besonders gut daran gefallen hat aber auch das wie das macht ein gutes buch dann letzten endes auch aus zunächst einmal das buch ist wirklich umfangreich recherchiert da hast du nicht nur auszüge von alten klappentexten drin die auf die sich bezug genommen wird auf interviews die wirklich weit zurückreichen bis in die frühen 90er aber auch modernere interviews von webseiten da werden alte spiele zeitschriften gewälzt wie waren die reviews die die berichte damals zu den einzelnen teilen wie sind die wie sind die spiele heute wie sind die spiele gealtert wie sehen die spiele heutzutage auf diese spiele zurück wie waren die verkaufszahlen was sagt uns das über diese spiele aus und alles sehr sehr sauber belegt mit quellenangaben in den fußnoten also was das betrifft also wenn ich jetzt mal ein uni professor oder deutschlehrer oder sonst was wäre dann gibt es hier auf jeden fall ein eins mit sternchen einfach dafür wie sauber die der quellennachweis ist und die 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 menge an quellen da drin auch einfach wirklich nicht nur ja ich habe damit irgendwie von lucasarzt geredet und das sind alles so anekdoten von einer person sondern wirklich breit gefächert von allen möglichen leuten die jemals an monkey allen mitgearbeitet haben ist damit das ist damit drin werden mit drin erwähnt und deswegen ist es wirklich ein ein großes großes becken an interessanten informationen die man eben nicht schon tausendmal gehört hat es ist eben nicht die zehntausendste geschichte wie guy brush zu seinem namen gekommen ist was halt schon ewig bekannt ist so alt wie das internet diesen wirklich neue informationen drin wie lief es auf der skywalker ranch damals ab wo die ersten teil entstanden ist und was auch toll daran ist ist dass es sich bei seinen informationen auf das begrenzt was du zum verständnis des buches brauchst weil ich finde viele dieser sag ich mal neueren sachbücher die du zum thema videospiele kochen jetzt mit langsam die hand lahm aber das gutes training für den linken arm heute mal viele von den sachbüchern die schwafeln sehr herum um sage ich mal eine gewisse wahrscheinlich eine gewisse menge an seiten zu generieren damit es aussieht als wäre das super umfangreich hier hast du wirklich nur ganz konkret kurz die was zur gründung von lucasfilm games dass die am anfang gesagt bekommen haben macht coole sachen aber bei mir georgett nicht und vor allem ihr dürft kein star wars machen ja und deswegen ist es ist wirklich ein großer quell an informationen und der zweite punkt die ich daran so gut finde neben der recherche ist die art wie es geschrieben ist es ist wirklich sehr unterhaltsam geschrieben es ist ja an sich mitunter ein trockenes thema wenn es wirklich um produktionsgeschichte oder auch um wie die wie die soundchips damals benutzt wurden und so weiter also ob jetzt wirklich um die produktionsdetails geht ist kann es mehr mitunter möglich dass es trocken wird aber der auto hat eine wirklich gute unterhaltsame schreibe ohne zu sehr zur glosse zu werden also es wird jetzt auch nicht die ganze zeit haha ein witz nach dem anderen sondern es einfach so wie jemand der dir das auf eine nette art einfach erzählt dieses diese ganzen geschichten die hinter den einzelnen spielen stecken was die meinung des autors zu den einzelnen teilen angeht die scheint schon durch bei jedem einzelnen teil hast du im endeffekt erst um ende eine idee wie der auto zu diesen teilen steht aber ich finde er nimmt sich genug selbst zurück dass es einem nicht so sehr aufgedrückt wird vielleicht mit ausnahmen von monkey allen 2 bei dem man eindeutig merkt das war der lieblingsteil des autors weil da kommt er manchmal aus der lobhudelei dich raus aber das ist okay ich meine letzten endes ist das hier ein buch für leute die eine leidenschaft für diese spiele haben und ich glaube jeder hat so seinen eigenen lieblingsteil und wenn jemand halt teil zwei am allerbesten findet dann ist das cool und es gibt auch seine gründe dafür deswegen würde ich dem das jetzt nicht da und ihm dann nicht vors schienbein treten und so auch bei den anderen teilen geht es nicht so gut sag ich mal jetzt im rückblick bei den fans ankommen finde ich die dann trotzdem fair behandelt also wenn du jetzt ein escape of monkey allen fan bist dann würde ich dieses buch nicht vor den kopf stoßen es wird es spricht natürlich an dass das kritisch aufgenommen wurde das spiel aber das eben auch vieles anderes richtig gemacht hat also von daher wenn ihr ein buch aus diesem video was ich hier mache am ende haben wollt und ihr seid im entferntesten nur im adventure-genre interessiert dann ist das hier wirklich ein buch was ich sehr empfehlen kann so aber um jetzt nicht zu positiv zu werden wir sind hier im internet wir müssen auch ein bisschen was negatives erzählen einfach das gehört sich so habe ich hier mal magic line lösungshefte mitgebracht die älteren spiele unter euch haben jetzt vielleicht gerade irgendwie so ein nostalgie knoten geplatzt bekommen wenn sie dieses bild hier sehen mit diesen drachen vorne drauf weil die dinger haben wirklich lange lange zeit die auktionshäuser des internets verstopft wenn du irgendwie coole komplettlösungen haben wolltest fandest du oftmals diese teile hier was ist genau es sind wie gesagt lösungshefte selbsternannte komplettlösungen zu allen möglichen spielen von der firma magic line und es ist so das absolute minimum einer komplettlösung also es gibt halt quasi keine bilder es gibt einfach nur drei einfach die gruppe komplette spiel wird einfach nur als text komplett runter gerattert ohne interessante schreibe gebrauch nein das ist einfach nur lauf den gang entlang biegt dann rechts ab irgendwann kommt dann der endgegner und es ist zu minimal um dir wirklich als komplettlösung weiter zu helfen diese teile angenommen dass sie ist zum beispiel von soul reaver das eine komplette lösung für soul reaver und so hier und versuch mal wenn du meinetwegen in sephons kathedrale feststeckt was ja der dann schon ist wo du wahrscheinlich am ehesten feststecken würdest oder bei rahabs abtei oder sowas versucht dann mal anhand irgend so einem text rauszukriegen wo du gerade bist also im heft und dann dir da dann die lösung rauszufinden abgesehen davon dass dir das auch bei schieberätseln kaum helfen wird oder dir zu sagen wird wo du jetzt eigentlich falsch abgebogen bist meinetwegen es ist so ein bisschen das äquivalent wie wenn du dir auf gamefax oder sowas also so eine txt komplettlösung einfach ausdrucken würdest oder als heftigen bänden binden würdest dann hättest du das hier und deswegen ich habe so ein bisschen schwieriges verhältnis damit ich habe die dinge jetzt auch nicht unbedingt weil ich die so gut finde die haben sich einfach immer mal so angesammelt wenn man einfach mal komplettlösung oder wie die spiel literatur im internet kauft dann hast du ja manchmal so ein so eine gurke dabei und es gibt zu allen möglichen spielen was von magic line eigentlich sind diese dinge also jetzt für für kommen wir gleich was zur bewertung es sind diese teile nützlich absolut nicht wenn du das dieses nur für leute lützig die schon das spiel kennen die können sich vielleicht darin wiederfinden und selbst dann wüsste ich nicht wozu ich das heft brauche für einen sammler ist natürlich auch super uninteressant das ist nichts worin man einfach spaßig schmökern kann die nene und das problem ist früher oder wahrscheinlich immer noch darauf will ich dann auch gleich noch bei einer anderen sache hinaus war es so zum beispiel auf ebay hattest du meinetwegen eine komplettlösung gesucht eine von diesen wirklich wunderschönen offiziellen spiele beratern von nintendo meinetwegen aber dann sind auch so auktionen dazwischen ohne bild diese wesentlich billiger sind wo auch dran steht donkey go country komplett lösung und dann kaufst du das und dann kriegst du das und dann denkst du ja es gab einen grund warum das so billig war und keine bilder hatte aber mal wieder lehrgeld gezahlt und hätte ich mal doch das geld behalten gespart für den besseren spiele berater und das cover art ist von einem mann namens schlunz warum ich euch diesen magic lion bullshit überhaupt gezeigt habe als etwas mit diesem buch hier zu tun und das ist ein absolutes schmuckstück meiner sammlung es ist ein deutschsprachiges blaze und blade lösungsbuch und als ich das entdeckt habe dachte ich mir das kann es doch gar nicht wirklich geben das ist auch so ein magic lion quatsch oder sowas aber nein ich habe mir die auktion noch mal vernünftig angeguckt als ich das gekauft habe mit screenshots aus dem buch und dachte nur das ist nie und niemals nie und immer magic lion das hier ist ein richtig richtig echtes wahrhaftiges cooles lösungsbuch und es ist so unwahrscheinlich dass das existiert weil blazing blade ist bereits ein ziemliches nischenspiel es gibt wenig leute das kennen playstation gurus klar die kennen das und schätzen das spiel aber ansonsten ist es jetzt eben kein tomb raider oder final fantasy so diese großen kracher der playstation 1 sondern eher relativ unbekanntes spiel was sehr umfangreich ist wofür sie es wirklich lohnt ein lösungsbuch zu haben und es ist so fantastisch gemacht einfach ich nenne es deswegen ein schmuckstück in meiner sammlung weil es war das einzige im gesamten internet was ich finden konnte ich bin nur per zufall darüber gestolpert das gab es auf ebay drin das war das einzige was er hatten mit ausnahme von jeder menge magic lion blazing blade lösungsbücher deswegen falls ihr euch das hier kaufen wollt guckt unbedingt hin dass ihr das richtige kauft weil dieses buch scheint sehr selten zu sein ich habe seitdem nie noch mal wieder gesehen im internet und aber dafür halt diese billigen varianten von magic lion die gibt es auch zuhauf auf ebay es wird wirklich sehr detailliert das ganze spiel wirklich schön aufgeschlüsselt mit super nützlichen karten gerade die späteren verließe im spiel bei blazing blade sind schon komplex und kompliziert und man verläuft sich sehr sehr schnell und du hast hier einfach karten mit brauchbaren legenden die genau sagen was wo ist wo du hin musst es ist wirklich genau das was ich mir von einer komplett lösung erwarte mit wirklich schön farbigen artworks mit screenshots es ist einfach alles drin was du von seinem richtig coole lösungsbuch haben willst zum schluss auch noch eine tabelle mit allen monstern im spiel mit deren werten was die für gegenstände droppen auch mega mega nützlich weil es gibt so viele gegenstände im spiel die man wahrscheinlich niemals sieht weil die durch eine weiß ich so eine drop rate von fünf prozent haben mit gegnern die nur in drei räumen vorkommen oder sowas also das hier ist so ein ding da habe ich richtig das war so richtig schnapper da bin ich richtig froh dass ich das bekommen habe das war so eines der wenigen momente wo ich auf der bei einer ebay aktion wirklich immer so geguckt habe immer so immer mal aktualisiert habe um zu gucken liege ich denn nach vorne liege ich dann nach vorne ich will dieses buch unbedingt haben kostete ursprünglich wie ich gerade sehe mal 20 mark es hat ein bisschen mehr gekostet als ich gekauft habe aber das war es mir wert keine sorge es ist nicht über 100 gegangen aber es ging auf jeden fall schon langsam in die richtung und ich bin sehr froh dass ich das gekauft habe für leute die blazing blade mögen und ihr zufällig mal darüber stöpern solltet absoluten empfehlung von meiner seite wirklich tolles lösungsbuch bin bin richtig froh dass ich das habe okay kommen wir zu einem weiteren sachbuch eines über das ich auch schon länger was erzählen wollte wäre auch so ein thema vielleicht mal was ich vielleicht im detail noch mehr in radio zockerbude besprechen könnte und zwar long live mortal kombat round one also auch ziemlich dicker wälzer und betonen liegt auf round one das ist also der erste band und mit der hoffnung dass ich das gut genug gekauft hat soll auch noch irgendwann vielleicht ein zweiter band vielleicht auch ein dritter band erscheinen und hier geht es wie man den titel entnehmen kann um die geschichte von mortal kombat und noch viel viel detaillierter als bei dem monkey island buch hier geht es im grunde genommen nur um die spiele der arcade ära sprich von mortal kombat 1 bis 4 zwischendrin werden auch noch so lustige ableger wie es ist ableger halt noch solche kuriositäten wie mortal kombat trilogy werden auch kurz mit besprochen aber es geht vor allem um diesen arcade bereich mortal kombat 1 bis 4 der unfassbar ausführlich beleuchtet wird das ist ein buch das ich nehme eine ganze weile um sich dadurch zu kämpfen das ist leider vom von der schreibe her sehr viel trockener als das maki allen buch es gibt das soweit ich weiß auch bis jetzt nur auf englisch vielleicht gibt es inzwischen das auf deutsch ich meine das buch ist von 2022 und ich habe es mir damals geholt als es noch relativ frisch rauskam wenn man dem englischen mächtig ist kann man es trotzdem ganz gut lesen es hat meiner meinung nach also auf der einen seite finde ich natürlich toll dass es so detailliert ist weil ich als jemand der meiner meinung nach zumindest schon ein gewisses grundwissen nach mortal kombat angeht weiß ja bereits schon einiges zu das thema das heißt für mich ist natürlich immer toll wenn wenn ich neue informationen darüber erfahre und das buch steckt voller neue informationen also ist auch ähnlich wie das monkey island buch voll von wissen was eben nicht in jedem youtube video was artikel was was wikipedia artikel vorliest vorkommt und andererseits hat leider im gegensatz zu dem monkey buch das problem da hatte ich ja gesagt ist das gibt dir nur das wissen was du wirklich brauchst um das buch zu verstehen das hier ist ein buch was sehr lang braucht um in fahrt zu kommen es geht es fängt wirklich sehr sehr hart beim urschleim an im grunde genommen wird erst mal die ganze geschichte von midway erzählt und dass die vorher was die vorher für automaten gemacht haben dass es da die flipper ähre gab in dem die flipper hergestellte automaten hergestellt haben ich denke mir ja jetzt bitte langsam zur sache kommen so spannend finde ich es dann gar nicht es reicht mir noch zu wissen okay die haben vorher auch andere sachen gemacht bevor sie motto kommen mitgemacht haben und spätestens wenn wir dann bei nark ankommen das war auch ein spiel aus der automaten ära damals ab dafür das spiel wird das buch dann wirklich interessant und auch gut weil bei nark da kannst du dann langsam sehen okay das ist die firma die dann auch mal model combat machen wird alles davor so ein bisschen ermüdend jetzt würde ich gar nicht so kritisch einsteigen weil eigentlich fand ich das buch gut aber das war das was mir woran ich immer sofort denke wenn ich dieses buch hier sehe ist würde ich das noch ein zweites mal lesen wahrscheinlich nicht ich würde mir wahrscheinlich nur die artikel nicht die artikel die kapitel raussuchen die ich wirklich gut fand aber nochmal komplett von vorne würde ich das buch wahrscheinlich nicht lesen weil es ist echt zäh und ein anderes problem was es hat wenn ich sowieso schon mal beim negativen und gekrittelt bin ist es ist seltsam strukturiert also würdest über du würdest denken dass man bei so einem sachbuch wo es um die geschichte von so einer spielreihe geht dass man einfach das dann von chronologisch von vorne nach hinten erzählt was macht manchmal so sehr seltsame erzählsprünge also meinetwegen model kommt mit 1 wurde beleuchtet wir wissen jetzt alle wieder spiel entstanden ist und das ist halt ein riesen hit in den arcade teilen war und es wird jetzt quasi aufgelistet die großen erfolge die dieses spiel gefeiert hat und dann wird ein sprung gemacht zurück wieder zum urschleim der arcade automaten zu qbert und dann erst noch ewig ausschweifend zu street fighter 1 du fragst dich die ganze zeit wo will das buch ist eigentlich gerade mit mir hin nur um dann irgendwann mal auf worauf sie eigentlich hinaus wollte ist die rivalität zwischen mortal comet und street fighter 2 und ich denke mir hätten wir das nicht immer schneller haben können muss ich jetzt wieder mehrere seiten exkurs haben über keine ahnung galaga und die ganzen alten die ganzen alten schinken die eigentlich nicht wirklich was mit mortal kombat zu tun haben nur weil sie eben auch automatenspiele waren aber was natürlich bei rauskommt ist es gibt hier schon einen sehr tiefen einblick in die materie es gibt sehr viele zitate sehr viele interviews und o töne von den entwicklern von den machen des spiels was sie sich dabei gedacht haben es wird gerade mortal comet 1 wird besonders ausführlich beleuchtet was natürlich mit so wichtig ist natürlich als der 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 grundstein des ganzen da wird wirklich jeder einzelne charakter durchgegangen wie war das konzept dahinter was hat sich john tobias dabei gedacht wie wurde das dann letztlich umgesetzt also ist wirklich johnny cage wird erstmal beleuchtet es wird beleuchtet wie wie ist kano entstanden die leute die die quasi damals gespielt haben bei der digitalisierung die kommen zu wort ed boone kommt in dem buch leider nicht zu wort der autor schlawenzelt auch so ein bisschen drumherum um diese problematik dass sie anscheinend dass die leute von netherrame studios also die leute die heute noch an mortal comet arbeiten dass die nicht um dass die nicht für interviews bereit standen sei es aus rechtlichen gründen oder warum auch immer aber alle die mal dran mitgewirkt haben und jetzt nicht mehr wie zum beispiel schon dabei ist der ist halt wirklich im ganzen buch vertreten und er doch eins der vorwörter geschrieben was natürlich absolut passend ist und ja ihr habt richtig gehört vorwörter das buch hat zwei vorworte weil der anfang ist noch nicht lang genug brauchten zwei ausführliche vorworte und das von john tobias geschenkt das ist der einer der köpfe in der mortal comet das andere vorwort ist von vorwort ist von james rolf dem angry video game nerd warum hat deren vorwort in dem mortal comet buch ja also natürlich weil es ein e-celebrity ist also ein elektronischer promi ein internet-promi und weil wenn man den dann hier vorne mit drauf schreiben kann dann finden das findet das wird das buch vielleicht noch eher gefunden bei bei google und so weiter aber er hat auch wirklich absolut nichts zu sagen ich mag james rolf nichts gegen den guten mann nichts gegen den angry nerd aber dass das vorwort hätte auch ich schreiben können das halt einfach nur ein fan der gesagt die haben heute kommt auch schon wie cool damals war und dann nickend in die ferne gucken ja überhaupt die die manche manche der interview der interviewten leute sind so ein leute aus der industrie super höre ich gerne davon zum teil werden wie gesagt auch ein paar youtuber interviewt manche die auch wirklich große mortal comet spezifische kanäle haben die auch tatsächlich ein bisschen was beitragen können dazu die die fanperspektive sozusagen geben sollen für das für das buch und dann hast du aber auch pro gamer von damals und die arcade hallen lebten vor allem liebten ja nicht davon dass es jemand so ludig gespielt hat mortal comet sondern es lebte von diesem kompetitiven gedanken zwei leute treffen sich die sich nicht kennen und kämpfen bei mortal comet gegeneinander und das war das was das spiel mit unter auch sehr populär gemacht hat aber dann mir die lebensgeschichte von irgendeinem bulgaren durchzulesen der halt voll krass war an dem spiel damals in bulgarien und dazu einem der größten pro gamer der szene gehört ja das ist cool aber das finde ich jetzt nicht so dass dann könnte man nicht noch ein bisschen mehr zum beispiel über die filme erzählen ich hätte ja darauf gehofft dass wie ich viel viele informationen über den ersten film erfahre der wird da drin auch besprochen allerdings nicht so umfangreich so das nötigste würde ich sagen also ich würde sagen meine filmkiste da erfährst du deutlich mehr über den mortal comet spielfilm als in dem buch das wird wirklich nur so wie ja okay da geht es eher so um das thema mortal comet wurde über das spiel hinaus zu so einem franchise zu dem es eben dann auch actionfiguren comics und trickserie und eben auch die kinofilme gab und ich hätte mich halt gefreut wenn es noch ein bisschen mehr in die richtung gegangen wäre aber ja dann wäre das buch noch länger gewesen das muss das echt nicht sein ich hätte nur glaube ich wahrscheinlich mir die die den fünften pro gamer der erzählt hat wie wie krass das war ja damals die drogen dealer da in seiner spielhalle besiegt hat das ein bisschen einzukürzen vielleicht und dafür in andere bereiche zu gehen das einzige was ich noch ein bisschen bedauerlich finde auch das hier ein reines textbuch im wesentlichen und das heißt nicht ich brauche jetzt keine bilder um das zu verstehen unbedingt aber ich finde es hätte gerade wenn du zugriff auf john tobias hast der die ganzen n figuren entworfen hat dass du keine konzeptzeichnung drin hast vielleicht hat das auch rechtliche gründe dass der das quasi da nicht drin verwenden durfte die frühen comics von mortal comet die er so gezeichnet hat die quasi auch ausschlaggebend dafür waren wie sich die spielreihe entwickelt hat aber da hätte ich mir gedacht ein bisschen mehr von erwartet einfach dass man da alte alte artworks und sowas noch drin abbilden würde aber es leider nicht der fall jedenfalls für leute die an mortal comic interessiert sind jede wege gute infos drin man muss ein bisschen zeit mitbringen und vielleicht auch hin und wieder mal einen kaffee unser nächstes büchlein ist wasd revolution oder revolution ich bin nicht ganz sicher ob sie es auf deutsch oder englisch ausdrücken wollten allerdings es ist ein deutschsprachiges booker sehen wie sie sich selbst bezeichnen also ein magazin aber im umfang eines buches und das ist dinge das hatte ich mich nur zufällig darüber gestolpert da ich hatte eine längere zugfahrt vor mir und hatte am bahnhof einfach noch was zu lesen gesucht dafür und im bücherladen hatten sie dieses ding hier und dachte videospiele als magazin buch das könnte ich mir noch mal zur gemüte führen und in der tat ich hätte eine ganz gute zeit damit das zu lesen was genau ist es nun also es ist ein halbjährlich erschienenes booker sehen das es inzwischen leider nicht mehr gibt und in dem es tatsächlich weniger um reviews geht auch wenn es nicht komplett ausgeschlossen wird aber es ist schon eher die artikel sind da geht bei den artikeln geht es schon eher um das thema videospiel allgemein in hinsicht auf den zeitgeist politisch gesehen es werden skandale beleuchtet auch streitschriften werden drin tauchen drin auf streitschriften im sinne von du hast zwei autoren die das die den gegen die den jeweils gegenweiligen gegenteiligen standpunkt ausdrücken wollen eine demo gibt es zum beispiel was zum thema stillstand oder revolution eben und da argumentiert zum beispiel ein autor dafür dass veränderung immer gut ist dass sich die spielindustrie immer weiterentwickeln sollte der andere sagt nein besinnen wir uns lieber auf das was gut waren der spiel in den früheren spielen versuchen das zu erhalten und so weiter und es ist auf jeden fall keine leichte kost wie ich finde es ist sehr interessante kost aber es ist nichts was du nebenher auf dem klo liest sondern da muss schon sehr konzentriert dabei sein es richtet sich absolut an ein erwachsenes publikum ich würde sogar sagen an ein anspruchsvolles publikum ist mitunter ich würde fast sagen geisteswissenschaftlich geschrieben wenn ihr versteht was ich meine wenn ich schon mal so ein geisteswissenschaftlichen text gelesen habt von jemandem der besonders schlau klingen will das ist in etwa so diese die die schreibe hier noch nicht ganz für tonistisch so schlimm ist es nicht aber man sollte man sollte wissen worauf man sich einlässt das ist halt wie gesagt dass das das blätterst du nicht mal eben so durch und liest das mal so alles nebenher durch dann bist du jeder einzelne artikel das bedarf schon ein bisschen auch gedankenkraft sich dadurch zu arbeiten auch wenn sie unterhalts geschrieben ist wie gesagt sehr gute autoren da drin nicht alle gab auch gab auch ein paar autoren wo ich dachte okay jetzt habe ich wirklich nicht wirklich viel interessantes neues erfahren wie gesagt die die gibt es leider nicht mehr diese diese weh als die sachen allerdings ich habe dann geguckt auf kleinanzeigen findet man die inzwischen ziemlich preiswert weil im original kostet so ein ding hier 16 euro als ich damals gekauft habe was jetzt wahrscheinlich auch einer der gründe ist warum es das vielleicht nicht mehr gibt weil ich kann mir sowieso das 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 geschäftsmodell kann für mich sowieso nicht sehr wirtschaftlich weil es ist ein wirklich sehr umfangreiches magazin als buch aufwendig designt wirklich wunderschön designt das ist halt wirklich es hat zu dieser vielfalt eines magazins die sollte dabei rauskommen wo jeder einzelne artikel quasi sein eigenes design bekommt und es einfach wirklich auch optisch sehr sehr interessantes aber das kostet eben auch geld es ist eben aufwendig und man muss wahrscheinlich viele leute bezahlt haben um so ein ding hier zu erstellen es ist relativ hochpreisig das heißt das kann nicht jeder kaufen und was an sich natürlich cool ist es ist komplett werbefrei was natürlich aber auch sag ich mal wahrscheinlich in den geldbeutel der macher mit reingefressen hat auch wenn ich es schön finde dass sie quasi ihren dass das sich im prinzipien ertreu waren und quasi einfach so ein cooles magazin gemacht haben was halt nicht auf jeder zweiten seite irgendwie der dann irgendeinen gammel verkaufen will aber es ist halt schade dass das nicht mehr gibt es gab noch ein nachfolgermagazin zu WASD und auch das wurde inzwischen bereits wieder eingestellt crowdfunding hat nicht funktioniert wie sagte oliver kalkhove kunst ist eben nicht massenkompatite apropos masse bisschen übertrieben jetzt aber das ist das nenne ich mal ein wälzer glaube ich das ist the guide to classic graphic adventures von hardcore gaming 101.net und mein erstes geständnis als ich den herausgeber gelesen habe war es erstmal für mich ein bisschen abschreckend also ich hätte das buch fast nicht gekauft einfach weil hardcore gaming 101 als als name das ist so ich weiß nicht es holte mich nicht gleich ab das dachte ich so a generation minecraft ist wahrscheinlich aber dann habe ich so ein bisschen leseproben angeguckt und dachte nee das sieht eigentlich ganz interessant aus und habe es mir dann geholt und war auch ein guter kauf ich sagen würde im wesentlichen ist es wie eine art lexikon der klassischen adventure mit jeweils recht ausführlichen artikeln zu jedem spiel also nicht nur so kleiner klappentext sondern auch da nicht nicht ganz umfangreich natürlich jetzt in so einem monkey island buch wo dann monkey island so lange zeit beleuchtet wird aber schon sehr umfangreich dass du trotzdem die geschichte eines spiels kennenlernst auch hier wird wieder beleuchtet wie war die rezension damals und so weiter und so fort und es hat sie über 750 seiten da steckt echt einiges drin interessant dabei ist auch die struktur und zwar geht es nach entwicklerstudios und nicht alphabetisch was einerseits den vorteil hat dass du quasi dann eine interessante spielreihe oder ein interesses entwicklerstudio schnappen kannst du dir dann einfach sozusagen dessen geschichte durchliest anhand der klassischen spiele die die erstellt haben den nachteil denn das ganze hat ist du findest ohne index absolut nichts deswegen ist immer was man ist man oft immer viel hinten im buch drin um da wo die die spiele eben alphabetisch aufgelistet sind um sich dann den einen artikel rauszusuchen den man jetzt gerade lesen will insgesamt deckt ist das genre der grafik adventures sehr großzügig ab was man bei der menge an text natürlich durchaus machen kann es reicht so etwa von 1984 mit kings quest 1 sozusagen als patient zero deswegen haben sie es wahrscheinlich auch gerade klassisches grafik adventure genannt und nicht klassisches adventure weil dann hättest du ja auch noch dann noch die ganzen adventure die davor kam mit aufnehmen müssen also es startet sozusagen bei kings quest und geht so etwa bis ins jahr 2000 wo dann das klassische point and click adventure so langsam in der form zurückgegen nicht ganz ausstab aber schon irgendwie und mit ausnahmen nur von 3d titeln die zum beispiel zu einer klassischen adventure reihe gehörten wie zum beispiel mask of eternity von kings quest 8 ist sozusagen drin aber eben nicht weil das unbedingt in dieses buch gehört sondern weil es eben teil von kings quest ist und da hat es eben auch seinen eigenen kleinen artikel bekommen und dann über das jahr 2000 hinaus gibt es noch so ein paar artikel zu einzelnen independent teilen die das genre zumindest am leben erhielten wie wir zum beispiel maschinarium was mich gewundert hat ist dass telltale keinen eigenen abschnitt bekommen hat dafür die ja schon wichtig waren auch das point and click adventure genre in den letzten 15 jahren meinetwegen wieder so ein bisschen naja schon wieder ein bisschen stärker zu machen da ist mir allerdings das buch ist von 2010 und ich nicht 2011 ist es glaube ich und 2012 erschien erst the walking dead und das ist ja das wofür vor allem telltale bekannt ist ich denke mal telltale wurde erst dann wirklich zu einem zu einer marke für viele adventure fans nach walking dead obwohl ich wie ich finde die mit davor mit tales of monkey island eigentlich schon eine ganz gute arbeit dahingehend geliefert hatten und man versucht auch ziemlich genre rein zu bleiben wenn ich das mal so sagen darf also es taucht zum beispiel keinen waxworks drin auf weil das relativ rpg lastig ist mitunter dafür allerdings die quest for glory reihe ich meine darüber will ich mich nicht beklagen weil quest for glory ist awesome aber es ist natürlich auch in dem sinne kein reines point and click adventure aber es ist schon schön dass es mit drin ist was wirklich wichtig ist wenn ihr euch für dieses buch interessiert was man vorher wissen sollte es ist kein objektives buch es ist es sind keine objektiven berichte in denen nur die fakten aufgelistet werden über die spiele sondern die meinungen des autos fließen schon sehr stark in die artikel mit ein allerdings bei weitem nicht so schlimm wie die amationen rezensionen vielleicht darauf schließen lassen da klingt es dann zum teil so als würde der der ein verriss den anderen folgen so ist es überhaupt nicht ich glaube die die leute diese amationen rezensionen geschrieben haben das sind einfach leute die nicht damit klarkommen wenn ein ihr lieblingsspiel aus der kindheit beschrieben wird und es ist nicht die ganze zeit reines lob dann ist dann das automatisch gleichen verriss und das ist tatsächlich nicht der fall zum beispiel kings quest 7 7 wird in dem buch als ziemlich öde beschrieben was ich halt überhaupt nicht zustimme es ist hier und da ziemlich nervig aber ich finde es auf keinen fall langweilig und auch optisch eigentlich ein sehr hübsches spiel aber nur weil ich das eben anders sehe als der autor da gehe ich nicht gleich an die decke die artikel sind im grunde genommen alle gleich strukturiert jeder artikel fängt im grunde an mit so allgemein informationen zum spiel dann wird die story kurz zusammengefasst und dann schließlich gibt es einen etwas größeren absatz mit einerseits der so eine mischung aus der meinung des autors und der rezeption im allgemeinen damals und heute also wie kam das damals bei spiel und bei der presse an wie blicken wir heute auf bestimmte titel darauf zurück und was ich auch ziemlich gut finde es geht sehr oft mit seinen bewertungskriterien um das buch also sagt ihr ganz offen dass der maßstab ist dass auf die spiele mit modernen augen geguckt wird und dass bestimmte dinge die heute halt einfach überhaupt nicht mehr gehen darin auch kritisiert werden zum beispiel eben die klassischen sackgassen damals in sierra spielen diese diese game breaker die dead ends oder eben rätsel die man nur durch rumprobieren lösen kann und nicht durch logik oder wenn es irgendwie ein unlogisches rätsel gibt es ist wenigstens originell so das sind so die bewertungsmaßstäbe und das finde ich okay und ich finde es auch gut dass das am anfang gesagt wird so dass man halt quasi keine böse überraschung erlebt wenn man das buch dann liest und denkt ja was das war halt damals so das war trotzdem gutes spiel so dass man sagt nee und wir gucken wir gucken drauf würde mir das spiel auch heute noch spaß machen unabhängig davon ob es wichtig oder wegweisend für das genre war und das finde ich okay finde ich einen guten ansatz und wenn man es weiß dann kann man sich auch durchaus gut darauf einlassen also wenn man sich im allgemeinen für das point and click oder das grafik adventure genre überhaupt interessiert dann ist das ist schon eine sehr sehr gute und umfangreiche enzyklopädie du hast hier die ganzen cover und auch einzelne screenshots alles schwarz und weiß aber das in ordnung und wie gesagt sehr sehr nicht sehr sehr aber schon umfangreiche berichte zu jedem einzelnen teil und das letzte buch was ich heute mit euch besprechen möchte ist die große n64 enzyklopädie das ist so etwa das was eben das adventure buch war nur halt wirklich mehr lexikon artig sprich hier sind alle in 64 spiele drin aufgelistet die es jemals gab sowohl die natürlich dies allem allgemein gab aber auch die japan exklusiven und die auch die 64 dd spiele sind darin aufgelistet und mit kleineren artikeln dazu wie man es eben aus dem klassischen lexikon kennen würde ich schlage es mal auf hier hat man zum beispiel eben einen artikel über benjotui der eben eine seite lang ist und benjotui hat eine seite bekommen mit ein paar netten farbigen screenshots so dass man auch nicht einen eindruck machen kann wie sah das spiel aus und ich habe mir das buch vor allem geholt weil ich schon viele n64 spiele meiner meinung nach verpasst habe es war jetzt keine konsole die die größte und umfangreichste spiele bibliothek hatte aber eben doch viele interessante sachen die man die vielleicht an einem vorbei gegangen sind und ich habe mir das buch dann im zusammen zusammen mit einem everdrive gekauft ein everdrive ist ein modul dass man in seine original hardware den n64 packen kann dass man aber mit roms bespielen kann und da wollte ich mir halt angucken was gibt es noch für so n64 spiele die ich gerne nachholen würde ohne auf ebay und co pleite dabei zu gehen und hier sieht man hier oben auch schon ganz vielen klebchen die ganzen spiele die ich mir noch angucken möchte und das hier das ist das was ich vorhin meinte was das was die buch nicht ist das hier ist wirklich eine richtige toiletten lektüre und zwar nicht negativ gemeint aber das ist so das kann man sehr gut nebenher lesen da kannst du das ganze einfach mal aufschlagen und ihren artikel über irgendein spiel durchlesen zum beispiel robotron 64 sagt mir überhaupt nichts das spiel aber jetzt weiß ich dass das gibt und da ich kann mir nachlesen was sind so die fakten hinter dem spiel worum geht es dann etwa und war das ganze cool und gibt es noch ein paar fun facts dazu oder hier rocket robot und reals jedenfalls total total gute sachen wirklich wirklich für n64 enthusiasten ein wirklich schönes buch war auch glaube ich nicht so teuer leider auch glaube ich nur englischsprachiger halt erhältlich aber einfach geschrieben so dass man auch wenn man jetzt nicht der allergrößte englisch crack ist das ganz gut verstehen kann was darin geschrieben steht und ja ich finde ich finde man kriegt so ein buch machen man gleich lust so ein spiel zu spielen oder vielleicht sogar video darüber zu machen es ist für die viele dieser das ist eine der gründe warum ich diese videospiel literatur so mag ich finde das ist sehr inspirierend in diesen büchern herum zu blättern sich einfach mal einen artikel auszugucken zu lesen zu denken wie stehe ich dazu was würde ich dazu sagen würde müsste ich was dazu sagen und dann fängt man an selbst zu recherchieren und dann fängt man an irgendwann ein fertiges video zu haben und das ist doch eine feine sache jedenfalls ich hoffe es hat spaß gemacht mal wieder mit mir ein bisschen in bücher rein zu gucken und wie gesagt ich habe noch mal noch zweiten schwung so neuer bücher und auch nur alter bücher je nachdem was ich immer so finde und würde ich euch dann bei gelegenheit auch mal vorstellen so da wünsche ich euch jetzt noch eine gute nacht und bis bald real